Aber wie so oft hab ich's schleifen lassen und, äh, Bavilla looten. Mit euch. Ihr wart ja mit bei. Also mitgehangen, mitgefangen. Es ist nur ne Frage, ja, Zeit, bis die kommt. Krabum. Und wenn sie den Weg wegspringen, dann sprengen sie uns weg. Sprengenderweise. Ja. Ich bin nie zu Hause. Gehen sie woanders hin? Ich habe keine Zeit. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Mit mir in den Kamien. Ich bin zu Hause und, äh, bin an Produktion, denn wir haben ja bald heute. Wie ihr seht, wir haben nämlich 17 Uhr und, äh, naja, gut. Ich hab schon ein paar Sachen angefangen. Also erstmal hab ich angefangen, hier aufzuräumen. Also nicht aufzuräumen, das ist falsch. Nicht falsch verstehen. Auszuräumen. Das ist das richtige, korrekte Wort. Leute, die geht mir auf und sagt, das hier geht immer hoch und runter. Ich wollte das eigentlich schon offline machen. Aber wie so oft, hab ich's schleifen lassen und, äh, Barwella looten. Mit euch. Ihr wart ja mit bei. Also mitgehangen, mitgefangen. Ähm. Ja. In der Zwischenzeit, wie ihr sagt, hab ich... Ne, warte, kann ich ja gleich mal hier... Äh, da. Ist unterwegs. Mach ich gerade. Sollte reichen für uns. Mollis haben wir ja, wie gesagt, gekauft. Aber, äh, ich weiß nicht, ob die zu reinkt. Schauen wir mal. So. Aber. Ist immer noch ne Band. Ich brauche mehr Schwarzpöfer und, äh, Munition. Denn, äh, wir haben zwar ein bisschen was da. Aber ihr wisst ja, wie ich schieße. What she's it? Ich schieße it. Und Treffen ist, äh, kommt nach. So, äh, warten wir mal. Ich wollte eigentlich... Den Spaten habe ich, weil ich brauche Klee. Ich brauche noch ein bisschen Stahl. Das ist hier schon am Einschmelzen, wie ihr seht. Aber ich brauche ja auch... Ach, ne, dann bringt mir das jetzt auch nichts. Ich muss ja Klee einschmelzen, dass ich eben halt Stahl rauskriege. Ich brauche mehr Stahl. Ganz viel Stahl. So, wat. Und dann kann ich mich unseren Weg uffwerten. Das ist nämlich mein Weg. Den wir heute gehen werden. Neben Munition. Und uffwerten und reparieren. Denn... Es ist nur ne Frage der Zeit, bis die kommen. Krabum. Und wenn sie den Weg wegsprengen, dann sprengen sie uns weg. Sprengenderweise. Habe ich mir gedacht. Dat ist Kacke. Kann ich hier nochmal... Warten Sie mal kurz. Ich nehme das mal kurz hier raus. Ähm... Gut, das kann ich dann später wegschmelzen da. Dann lasse ich das erstmal hier weiter durchlaufen. So. Machen wir das so. Dann kann ich das in der Zwischenzeit hier drin verarbeiten. Dann können wir das nämlich rauspulen. Und dann ist das gut. Gut, 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 gut. Dat ist doch... Damit kann man noch anfangen, wat. Ich wollte das Wasser... Äh, ja, gut. Ja, kommt doch selber raus. Jo. Gut. Dat haben wir oben. Und ich muss dran denken, dass ich dann in dem Zeit... Äh, sobald alles steht... Äh, sobald alles steht... Oder fällt... Oder fällt oder steht... Sollte ich kontrollieren... Ob hier noch Munitionen... Äh, da ist, wo sie ihn gehört. Ja, ja, ja... Das sollte ich tun... Staunen... Dass Mrs. Voldemort noch nicht da war. Denn das Ding läuft hier nämlich schon die ganze Zeit. Zeile. Die ganze Zeit, wollte ich sagen. Aber habe ich nicht gemacht. Ich wüsste nicht. Ich mach das aber hier hoch. Ich bin hier... Hab ich denn noch Pflastersteine? Müsste ich eigentlich rein theoretisch haben. Aber die sind jetzt... Äh, ja... Die sind natürlich unten. Ich hab sie ja nach unten hier. Äh, wer suche, der findet... Da sind sie. Ist nicht mehr so viel. Aber für Reparatur wird es reichen. Dafür musstet hinhalten. Und reichen. Reichen und hinhalten. Wie ist das? Gar kein Problem. Jetzt waren die Kotze an. Das muss später nach korrigiert werden. Hier ist... Wie gesagt, hier ist sehr, sehr viel nur auf... Ditte da. Aber Ditte da muss ausgetauscht werden. Alle zu seiner Zeit. Ach so. Gut. Eisen brauch ich auch. Jetzt haben wir nämlich auch nochmal mein Problem. Denn... Sonst ist die trotzdem kaputt. Und wie gesagt, die sollen nicht kaputt machen, die Penner. Das reicht, wenn ich Geld mache. So, ich würde sagen, äh... Wie gesagt, erst mal auf die obere Schicht. Und dann den knackigen Kern. Knackig. Ich hab Sachen gehört. Ich hab mir schon wieder Sachen angebildet. Ach, übrigens, könnte heute wieder sein, dass er wieder wimmelt, schammelt. Denn mein Arbeitstisch kommt. Ich hab mir einen Arbeitstisch bestellt. Ich hab gedacht, das ist eine gute Idee. Äh, jo. Dem ist nichts hinzuzufügen. Ja, ich hab gedacht, so ein bisschen mehr Platz hier auf meinen Tisch. Äh, das wär... Schon mal nicht so verkehrt. Da täte ich wohl finden. Und, äh, angekündigt ist er für heute. Also, könnte sein, dass er heute schammelt. Also, sollte heute schammeln. Jo. Dann heißt das für mich heute auch... Oh, Spaß mit Umbau-Karbin. Aber das offline. Haha. So. Na, wie gesagt, das muss halt nur hier... Na, wenn die da eh mal explodieren, dann ist aber schichtbar. Also, dann ist wirklich alles im Arsch. Äh, im Argen, mein Dick. Okay, jetzt müssen wir hier weitermachen. Sie hat so oder so gemacht werden. Hallo. Ach ja, stimmt ja, da war ja was. Millimeter, Fuzzi. Ah. Das hat damals funktioniert. Servi. Was soll los? Äh, was soll los? Geil Deutsch. Was da los, meine ich eigentlich? Da muss ich jetzt hier alle wegmachen. Scheiße. Ich hab ja Spikes da. Alles, ja, kein Problem. Wie gesagt, wo gehobelt wird, da fallen auch, gewöhnlicherweise, Späne. Apropos Späne. Eine YouTuber-Leitung. Wenn ihr euch, äh, mehr so Seven Days und so, ne, wäre cool, wenn Däumchen, Träumchen und, äh, abonniert den Kanal, kostet nichts. Und, äh, Kommentare, Glocke aktivieren und hast du nie gesehen. Ups. Nicht vergessen. Dankeschön. Passt nicht zusammen, aber ich wollte gerade rennenwischen. Ich weiß das immer wieder. Aber das ist ja euch bewusst. Ah ja. Ich bin nicht zu Hause. Gehen Sie woanders hin? Ich habe keine Zeit. Ringe, Ringe, Reihe. Ich bin der Kabin Zweier. Äh, keine. Rötter, 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 rötter. Problem gelöst. Na? Lass da auch ein bisschen Zeug da? Du, technischerweise? Hallo, sie. Na, sie go ring. Ich helf mal mit. Problem gelöst. Sag ich doch, Wolldemord kommt noch. Also, solltest du den erstmal anlassen, oder wat? Ich glaube, ja. Ich habe wohl das Gefühl, dass es ein eindeutig Ja-Zeichen und ich muss dran denken, dass ich nicht mit dem Arsch darin laufe. Dazu neige ich nämlich hoch. Jawohl. Hüpf. Bin ein kompletter Neiger, bin ich. Wat dat anjiet. Guck. Ist die in den Spikes drin gerannt, oder wat? Muss sie ja. Die ist ja verrückt. Na, die ist ja mal doof. Da hat sie mich ja fast erwischt, Mensch. Aber wir waren... ...eisern. Wir haben durchgehalten. Kein bisschen Angst gehabt. Obwohl wir den Blick des Todes ins Auge geschaut haben. Nee, der passt nicht zusammen. Naja, gut. Sag mal so. Der Blick schweifte. Entschuldigung. Wie gesagt. Das ist der E-Mann. Ich kann da nie aufhören. Das ist mir nie möglich. Und alle zauber gemacht werden. Und Profi auch hin. Und Schnitt gemacht werden. Für die Veranstaltung. Diese Räuche von den Lingen. Die kommen mir vor, als ob da... ...ich so so mich... ...wäh... ...mach. Ganz komisch. Ich hab ein Level. I got a level, level. Aha, aha. Das wird mir reichen. Das ist mir bewusst. Bewussterweise. Aber das ist wenigstens hier der Vorhof. Ich bin ein bisschen... ...zurecht gemacht. Und das zurecht. Ich hab gesagt, ich kann die aufhören. Puh. Das ist aber noch sehr, sehr viel... Was ist denn das? Das ist ein Baumkabin. Das da. Das sieht ganz komisch aus. Vor allen Dingen, weil ich mir ja schon wieder... ...Sachen angeschaut hab. Das ist beunruhigend. So. Beunruhigend ist das, was das jetzt alles ist. Gut, okay. Mit den Spaten in der Hand... ...grabe ich mich ins Wunderland. Bin aber noch nie angekommen. Schönen Tag. Geh doch mal weg. Scheinlich. Hab ich irgendwie einen Block mit bei? Mein Block, sein Block, dein Block. Unser Block ist mir total entblockt. Holz. Dieses Holz... ...wird weit entfernt sein. Es wird holzig. Und meins. Dieses Holz... ...wird sehr bockig sein. Borkig. Nicht bockig. Das ist ein Unterschied. So. Machst du einen Block. Machst du einen Block. Hast du einen Block. Machst du einen Block. So. Jetzt sollte ich nicht wegmachen. Ach, siehste. Unser... ...Wulzen. Wulzen! Leider hab ich noch keine Wulzen drin. Ey, wir können uns eigentlich auch schon... ...Bolzen. Ich kann mir immer noch bloß noch Eisen... ...äh, immer nur bloß noch Eisen. Das passt irgendwie nicht zusammen. Das sind die Kisten. Stahlbolzen. Das kann ich ja herstellen. Also muss ich doch auch... Ich kann die weder einzeln... ...noch so herstellen. Weil das ist denn das für ein Kokolores. Ich kann mir die Bolzen herstellen... ...aber so nicht. Das ist ja mal... Das ist nicht okay. Okay. Zipp da ran. Und schon ist Zipp da repariert. Mal gucken, für wie lange. Hat ja letztes Mal auch nicht lange gehalten. Aber gut. Wir sind ja lernresistent. Äh, ich meinte fähig. Fähig, mein Dick. Ne? Dazu bin ich gefähigt. Mama! Wir haben Besuch. Die sind aggressiv. Und ich mach sie gleich noch aggressiver. Wisst du was? Hihi! Schironi! Äh, Moni. Yes, Moni. Ach, wie sie geht. Ja, kommen sie, 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 kommen sie. Komm sie! Ey, kannst du das mal in Ruhe lassen? Was soll denn, bitte? Was ist denn hier? Da macht der kaputt und der verliert sein Bienen. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Dann komm und gehen. Er ist schon wieder tot. Das kann ja wohl wahr sein. Weil das ist ja auch wahr. Los geht's. Genau in Romme. Und nochmal in Romme. Und, äh, in den Schritt. Wie immer, einen Schritt machen. Durch und durch. Geh mal kurz schnell rein. Äh, schau mal. Warte, äh, da sagt. Dit da. Genau dit da. Oh, dit da ist fast durch, wa? Ja, mein Traum. Kannst du dit nochmal abbrechen? Ja, kann ik. Er soll jetzt mal dit fertig machen. Ja, ja. Was sagt eigentlich de Bits? Oh, es sagt. Oh. Wenn ich clever wäre, würde ich jetzt den Bohrer nehmen, um die Erde abzubauen. Dit wäre aber laut. Zeit wann interessiert denn die Tüte? Moment mal, Moment mal. Ich hab doch... Hab ich nicht grad... Ne, ik wollte. Ik habe, wollte und dann wurde ik unterbrochen. Ich wollte jetzt gar nicht sagen, warum hab ich bloß noch so wenig Dreck in der Tasche. Dieser Dreck, der muss weg. Und zwar mein... Mein... Äh... Rucksack. Genau. Mir ist gar net fort entfallen. Zup, zup, zup. So, seid ihr bereit? Knatternerweise. Na ja, gut. Wenn du keinen Action machen kannst, dann machst du so Action, ne? Sag mal, ich hab nicht so schneller. Ik muss mal ne kleine Probedings machen, auf Exempel. Na ja, gut. Hier ist keine Schippe drin, ne? Mod technischerweise. Hier schon. Siehst du? Da machst du nämlich eh mal zack, dann ist er nämlich weg. Die Schose kostet nur Ausdauer. Und außerdem, wie gesagt, das ist ja auch lila. Lila ist das ja. Warten Sie mal. Ich nehm mal kurz hier raus. Schippenderweise und mach das mal darin. Weil das soll ja schippen solltet. Und die Axt kann ja raus, weil das ist ja keine Schippe. Ist ja ne Axt. Seid ihr bereit? Und los geht's. Dann gucken wir mal. Ne, da könnte er sagen, was er wollte. Also, Schippe ist viel schneller, oder? Nur kostet keine Ausdauer. Oder ist das falsch? Also rein theoretisch würde ich sagen, ich hab keine Ahnung. Ist ja auch nicht so, dass ich jetzt dadurch mehr kriege oder so. Ja, cool, Pa. Wenn ich so mache, ist sie gleich weg. Soweit ich ju treffe. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Wie gesagt, die Schose kostet Ausdauer. Die andere Schose kostet teure Benzin. Mal überlegen. Wie könnte ich mich da entscheiden? Das war Sarkasmus. Klingt komisch. Ist aber so. So, ne? Jetzt hat die nicht gewiss, dass die Villa unterwegs ist. Ob ich hier spitzte Ohren? Alter, wie alles Bock. Rest in peace. Ja, ein Stein verloren. Sammel Dreck. Mach Munition raus. Was kann das schönere geben? Für mich. Jawohl. Da wird vielleicht ein kleines Kind wach, wa? Schüppel in der Hand. Dreck auf den Boden. Zack, bums. Buh-dum. Ja, ja. Jetzt noch ein bisschen Wasser und wir sind zufrieden. Dann bau ich mir hier ne Burg. Matsche Pumpe. Ganz schön glatt hier, wa? Also, den Boden mein Dick. Nicht ausrutschen, da war ich ja. Nee, nee. Das mein Dick jetzt ja nicht. So. 4000. Na, das geht doch langsam. 5000. Wie er sagt, es ist normal bei 7 days. Nach den großen Looten muss der Kabin looten. Mit den Spaten. Schüpp, schüpp. Schüpp, 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 schüpp. Und Kabin. Schüpper des Rechts. Den Sand, den geht es schlecht. Hallo. Andere können das hoch. Also, mach ich das hoch. Also. Lebt damit. Genau, was ihr sagt. So. Na ja, 6000. Also, für Stahl sollte das ausreichen. Alter, das hört sich wirklich so an. Also, die... Die schleift hier euch von den Messern, wisst ihr? Schleifenderweise. Man, das schleift aber. So, äh, hier hast du noch ein bisschen Dreck. Kannst du mal anmachen. Die Teile dort auch. Ich bin ja auch ein Tyler-Binniker. Ähm. Ich gebe gerne ab. Auch wenn du bloß Dreck ist. So. Na, ist aber nicht so viel. Na ja. Nicht so viel. Nee, das ist das Falsche. Da brauchst du die Narepistole. Nice. Wie gesagt, Munition muss hoch noch. Weil, wie gesagt, ich putze ja so eins wie Munitionchen in die Türmchen drin. Und wenn da richtig Party... Ups, ich kann was verhessen. Wenn da richtig Party angesagt ist, dann ist das mal so wie ein Staubsauger, so. Und weg ist sie. Die gute alte Munition. Ach, das waren noch Zeiten, wo wir sie hatten. Die Gaumen in den Lenz kann ich mich dran erinnern. Aber dann war sie weg. Einfach so. Ach so, ich brauche ja Eisen zur Reparatur, wa? Ich brauche ja Eisenwaren. Da sind sie wieder meine drei Probleme. Ist ja mal... Nicht so gut. Ähm... Ja, nun, ne? Ich... Ich mach mal hier so ein wenig Eisenwaren. Ich glaube, ich brauch da Eisenwaren zur Reparatur. So. Dann kriege ich jetzt ein bisschen Eisenwaren. Und dann darauf den Rest prallbar. Jawohl. Noch ein bisschen. Na, Kabin? Merkst du, dass du den Motor nicht trinken kannst? Na, der ist ein bisschen schwierig. Der soll schwer verdaulich sein. Hat man nie gesagt. So. Wo sie auch hin. Shit. Gut, dann muss ich erst mal da mit. Ach Mensch, das bringt mir doch ja an. Und ich hab ja immer noch gegenmitteilen. Macht doch mal hin. Acht Stück. Na ja, hier zur Reparatur würde das schon reichen. Ich muss das ja nicht bauen. Ich muss das ja nur reparieren. Mal so ein bisschen Spucke hoch. So, sieht er? So. Zack, Bums. Alle playerns. Und schön entfernt mit dem Arsch. So, ja. Alter, ich hab den, 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 den Looper jetzt noch. Womit mal das Ding ist. Ach nee, gut. Da hab ich ja deaktiviert. Sehr vorausschauend. Von mir. Also, unterbewusstsein mäßig. Der Standardkabin wär darin gerannt. Genau. Diese Wand hätt ich eigentlich hier fertig überhaupt. Aber gut. Ach, das sind ja auch alle. Ich meinte, jetzt sind ja auch schon Wille alle. Ach, meinst. Ja. Das geht alles nicht so, wie ich mir denke. Wie gesagt, am liebsten hätt ich das fertig. Und zwar jetzt. Jetzt sofort. Naja, wie gesagt, Beton brauch ich jetzt auch. Warten Sie mal, dann mach ich das mal kurz so. Zieh das darin. Nicht letztendlich mal noch was herstellen. Ey, ich muss mir davon auch noch 2, 3, 12 herstellen. Hey, das hab ich doch gesagt. Ich hab voraus geplant. Ich hab's nur vergessen. Also nicht vergessen. In Pfeisen sitzt nicht mehr da. Sondern ich hab's nicht mehr dran gedacht. So rum. Das lass ich nur in meinem Inventar. Das hört eigentlich woanders rein. Aber das schmeiß ich jetzt mal hier. Den. Da. Das auch. Das hört ja hier rein. Das so oder so. Es kommt so oder so. Das ist ja auch... Nee, den bräuch ich doch noch mal Holz. Ja, ja. Der drüben ist sich... Gut. Vielleicht hör ich zu viele Musik. Ich habe jetzt hier gerade von einer gewissen rockigen Band ein gewisses Lied in den Ohren. Wegen so oder so. Vielleicht kommt er ja auf den... Ja gut, ich wollte gerade sagen auf den Titel, aber das Lied heißt ja so oder so. Gut. Dankeschön. 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 Das wird für ihn reichen. So jetzt, naja gut. Jetzt kann ich die Flamme so fährt. Au. So. Ich habe immer noch keine Munition hergestellt. Noch nicht. Ich glaube, ich muss... Da werde ich mit drei vorbeikommen. Die jetzt. Na gut, dann muss ich das immer erstmal bloß reparieren. Bis das fertig ist. Bleib so lange, bis das fertig ist. Und wenn das letzte ist, was du tust. Na ja, so schlimm ist das ja nie. Also ich habe erst gedacht, dass mehr kaputt ist. Aber wie gesagt. Ach so, ist ja bloß Nachtgeräusch. Ich würde jetzt gerade sagen. Aber ich sage mal so. Das kann sich... Äh. Nach der Horde. Schlagartig ändern. Wie sind denn die da? Die kommen. Ach, Kotzer. Macht Sinn. Ist er echt so... Nee, wir haben es nicht sicher. Ist der ein doof? Säundet. Hallo, nicht picken. Mit meiner Hand. Ich. Nee, da ist er. Sparen wir gleich ins Bike. Aber wie gesagt. Nicht das Interessanteste. Aber wie gesagt. Nach der Horde ist immer... Notanmach. Sachen, die Macht wären müssen. Aber ich brauche ja nicht alles machen. Das ist hier vorne. Jetzt hier hinten können wir bedanken. Aber irgendwie zieht mir schon wieder der Loot da hinten. Irgendwohin. So, ähm. Ich meine, jetzt kommt in unsere Stadt. Das müsste doch eigentlich immer alles jetzt vorne sein, was? Wenigstens ein bisschen. Das Lüft ja von alleine. Machen können wir jetzt eh nichts. Genau. Das ist nämlich... Das ist bloß angepinselt. Aber das muss so viel werden werden. Das muss alles hier. Nach und nach. Na ja, es wird ja auch mal langsam zeitbar. Muss ja mal gemacht werden. Ena muss ich ja machen. Hups. Da ist noch ein Sinn, ja. Ja, ja, gut. Also, wie gesagt. Bis da oben bist du hier. Also, ich glaube mal eher nicht, dass die da rangehen. Bleib hier. Du siehst so lecker aus. Oh, ich hab den ja nicht mehr bei. Wo kommst du hier nicht mehr? Der kommt doch noch raus. Bleib mal hier. Ich wollte ihn doch bloß füttern. Äh, er sollte mich doch nur füttern, mein Dick. Und ich warte. Wo sind wir jetzt hin? Der muss ja. Der ist hier hinten raus. War der kleine Kacker? Tatsache. Bleib stehen! Ich werde ihn vermissen. Wir sehen uns immer wieder. Diese Sache ist noch nie ausdiskutiert. Hallo, sie. Hallo, sie. Hallo, sie. Konntet ihr, wach? Na denn. Wenn wir schon mal hier sind, können wir ruhig looten, wach? Gut, ich wollte jetzt da ran springen, aber das hat nicht funktioniert. Oh, ha. Vorsicht. Ey, vielleicht find ich ja hier das Buch. Scharf schützen, technischerweise. Oh, das ist Wofel, aber was für Drohni. Die denn irgendwann mal kommt. Kann sie ja noch nie bauen. Guck, guck. Das ist 2-mal Minimi. Ich hab's alle wieder auf jeden Schlag erwischt. Das wird ein schöner Tag. Schönen Tag. Ich war gerade ein bisschen selbst davon erschrocken. Wie voll mein Inventar will er ist. Ich war ja auch am Bauen. Nicht am Looten, ne? Also, das W-Sachen besiegt nicht. Alter, 2 zum Preis von 1. Das muss Glück sein. Ich hab so das Gefühl, wenn wir jetzt losgehen, looten, über Nacht, werden wir das Buch bestimmt finden. Da bin ich mir ganz sicher. So ungefähr bei 1%. So. So, und schmeiß ich auch da rin. Ich wollte jetzt gerade sagen, kann ich nicht das andere da auch rin schmeißen? Nee, dann wird er schon drin. Ach, weißt du, wat? Jetzt kannt ihr eigentlich aus. Schon angenehmer. Hat es schon ein bisschen angenehmer. Aber ich werde jetzt trotzdem, äh, gewissen Balken mitnehmen. Und das schmeiße ich jetzt auch hier rin. Ach, naja. Das wird schon funktionieren. Ich hab so das Gefühl, das wird funktionieren. Davon bin ich überzeugt. Gehen einfach von vorne los und kämpfen uns hinten durch. Das würde ich sagen. Damit müssten wir doch mindestens so vielleicht, vielleicht, den Buch kriegen. Weil wie gesagt, wir haben ja hier ein, zwei Häuser. Das sollte möglich sein. Wir haben es gleich geschafft. Ups. Ich bin gleich los. Naja, das ist immer am schmelzen. Ich lasse es jetzt durch, Lofu. Wie gesagt. Ich kann ja nochmal so nebenbei ein bisschen harmen. Das hat keiner gesehen. Ich habe nix vergessen. Warte, ich noch mal fünf Sekunden gesagt hab. Nicht ohne. Ich hab an alles gedacht. Das ist alles ja kein Problem. Nächste. Alles andere ist böse Nachrede und so. Nee, üble Nachrede heißt das, ja. Ich würde mal sagen, ich ächel mich hier durch. Wo hab ich denn, Zombie? Den gleich erkenne. Den erkenne ich nicht. Da erkenne ich ihn. Der ist ja richtig poliert. Es hat funktioniert. Naja, warum denn nicht? Ey, das Ding müsste auch ein Lade- äh, Magazin haben. Oh, das wäre Knorke. Automatik. Was wäre genau mein Ding? Minimi. Ja, wie gesagt. Da wären wir dann auch... Oh, den ist recht. Bist du in dir fallen? Achso, das warst du. Habst du gleich erkannt. An den Fall am Kopf. Äh, im Kopf, mädig. Ja, wie gesagt. Wir müssen dann langsam so... Stück für Stück. Munitionstechnischerweise. Quasi. Theoretisch. Gewisse Munition umsteht. Womit mal, ich hab keinen Loot. Nee, der Loot. Der ist bestimmt da oben. Gleichheit. Hallo? Ich bin die Kimmer-Looten. Naja, auf jeden Fall haben wir schon mal ein Buch. Und nochmal ein Buch. Aber nicht das, was ich haben will. Opa, na gut. Das ist ein Zeichen. Gibt, die Luft ist rein. Nichts zu sehen. Du, 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 du. Jaja, ihr seid auch noch dran. Keine Panik-Rote Titanic. Schließlich hab ich ne Mission. Und die ist noch nie completed. Wieder gehen. Jetzt seh ich gehen. Ihnen. Genau. macht die bühne zusammen es riecht und zwar streng nach fisch sagt man so hallo also hier ist ja nichts mehr ist ja gar nichts naja jans janus würde ich nicht sagen muss sie erst mal ja für zwischendurch den hohen zahn ist okay okay ich kann schon mal nicht nach unten krachen hat er krachenderweise durchbruch da war ja nicht so besondere muss man ja suchen also geht erst mal nach ich sehe gar nichts wie sehr also hier war bloß in der tasche drauf naja ich bin ja auf den großen fisch auf der suche nach den großen fisch da fürchte ich mich vor ich lade nochmal nach dafür schließe ich diese tür da hat er sich den kiefer aufgeschlagen volle möhre wann hat er die kante mit ihm er bestimmt der zahnschmerzen ja gut hat er nicht mehr sein kopf war ja nie doch der ist noch da naja so hier schon mal nicht das haben wir auch raus mal schnell hierin ja 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 hallo mädel kannst du mal kurz rankommen ich habe ein bisschen zeitmangel nie du kannst hier genau die gar nicht habe ich damit kaputt geschossen guckst denn so hier fährt der hund du hund also ich würde sagen da fährt der hund alter ich wusste dass ein feurie da ist aber ich habe die die links verschätzt die richtung unterschätzt also ich habe nie kommen sehen so hier muss ich nach oben da nach oben hallo sie in bloß auf der durchreise nach dem grönen nut nur der tut mir gut nicht hier bei mir dankeschön sie hat die arm verloren warte mal es war unten hier geht es ja noch hoch hier war es aber war der lud doch den buch haben na gut leute ich würde mal sagen hier machen wir morgen weiter es gibt noch viel zu looten und er gibt noch eine horde zu tun machen also ich hoffe euch hat spaß gemacht wie gesagt däumchen träumchen nicht vergessen und macht euch einen schönen tag ich bin dann erst mal raus tschüüüüüüüüüüüüüüü du